ich muss schon ein bisschen mehr draufklicken sonst geht das irgendwie nicht ich mache jetzt keine nebenquests, ich mache jetzt erstmal ein bisschen nur die hauptquests, um euch das ein bisschen so zu zeigen so kann man sich also geld machen was soll man hier machen ja wenn man die kamera so ein bisschen macht dann kann man noch eine spende gucken das ist irgendwie so ein kleiner bug oh voll romantisch hier das sind die richtige romantiker hier im haus kann ich denn jetzt irgendwas machen okay louis doll das ist das haus von diesem quagmire bestimmt der diese komische lacher hat hey come on, let's go home and get tender with your wife hey what's up wait a minute are you on the internet and not looking at porn I can only assume that means you've just climaxed or this is your safety website for when your girlfriend walks in ich glaube ich muss sie wieder raus nee was soll ich denn da machen was soll ich denn da machen ich mich nochmal ein bisschen um ok 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 ich muss noch mal ein bisschen um da war nichts oh die steuerung ist ein bisschen komisch Dusche, soll ich da irgendwas machen? Nee. Ah. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, was ich machen soll. Ich soll hier also was finden. Kann sein, dass ihr meine kleinen Brüder hört. Das sollte hoffentlich nicht so schlimm sein. Eigentlich hab ich hier noch eine Sache gefunden. Müsste jetzt eigentlich auch abgehakt sein, oder? Wer ist das? Ich hab da gerade nur draufgeklickt, also ich hab nichts gemacht. Gut, hier soll ich nichts machen. Da hat er doch gerade genommen. Achso. Schön, wach. Okay, dann geh ich mal wieder hier runter. Hier vielleicht irgendwas gibt. Oder soll ich ihn das jetzt bringen? Okay. Okay. Soll ich also nur eine Sache da rausführen? Ah, von denen ist er Okay Hallo Hm, der Kamin kann ich schon anzünden? Nein Ja, der sitzt da, will fern Die macht mir Angst Was ist das? Behinderten-Kathlete Achso, ja, das ist ja Von dem einen war das Haus Gut, habe ich das auch schon mal? Jetzt sollte ich wieder raus Hilfe Wie komme ich denn hier raus? Da? Ja Sag ich mal noch, die Quest hier, also die Aufgabe Dann ist das Test auch schon vorbei Gut Lauf schneller Oh Hm, okay Da war ich bei meinem PC So Was haben wir hier? Sollen wir uns klauen oder was? Hier anscheinend Hier anscheinend Gut Das wäre kein Spiel, weil ich letztes Plan könnte Natürlich nicht Oh 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 Oh